Jo Freunde, da ist ja wieder euer Freizeitsnäge, heute mal wieder mit einem Produkt von meinem Formular. Und jo, heute hat hier eine, der heißt David oder so, wenn ich das jetzt hier richtig ausspreche, ne. Der hat hier einfach nur Joghurt geschrieben und da dachte ich mir, zeige ich einfach mal meinen Lieblingsjoghurt. Gut, und jo, da ist hier der Sonne Joghurt Mini Stracciatelle und jo, ich werde den jetzt mal hier essen und so sieht der denn aus hier. Ich habe jetzt gerade hier kein Stativ, das ist ein bisschen doof, aber ich mache den einfach mal hier so auf, das geht ja schon für die Review hier. Und jo, das ist halt so Stracciatelle, ganz normaler Joghurt, halt Sonne ist immer für Qualität. Und jo, 125 Gramm und mit 18% Stracciatelle, das finde ich übel geil. Und jo, oh scheiße, da habe ich den ein bisschen ausgekippt, ja ist ja nicht so schlimm, kann ja ablecken, ne. Jo, ich würde sagen, ich nehme jetzt hier mal einen Löffel und jo, so sieht das denn aus hier mit Schokostücken als Stracciatelle. Jo, den kann ich absolut empfehlen. Der ist echt richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. Und jo, Sonne ist generell eine gute Joghurtmarke, also jo, ich würde sagen, das war es denn von der Review und bis zum nächsten Mal, euer Freizeitsnagel, ciao.